ein wunderschönes hallo in die runde ich bin der train leader und herzlich willkommen zu diesem kleinen info video über die black friday inhalte diese sind ja bekanntlich seit montag verfügbar ja das video hat jetzt ein bisschen länger gedauert in der produktion denn auch bei mir ruft die arbeit wieder und die ganze information zusammenzutragen für die schiffe mit anderen statistiken hat dann doch etwas länger gedauert als gedacht aber hier ist es das video also von nachher könnt ihr euch jetzt auch gerne anschauen wer nur bestimmte sachen wissen möchte ja zum beispiel die stats veränderung der ebookie b und bismarck b ihr kann einfach in die video beschreibung gehen da sind die einzelnen zeit abschnitte verlinkt dann müsst ihr nur auf die blaue zahl drücken und schwupps die wupps landet ihr dann dort auch im video gut dann kommen wir hier mal auf die sachen auch zu sprechen zu finden dass das ganze bei dem retro rummel tab und jetzt hier bei black friday und wie ihr seht sind hier alle sachen aus den letzten jahren verfügbar beziehungsweise fast alles die schiffe die man schon nicht so erwärmen konnte die sind natürlich auch nicht wieder dabei gerade hier die ebookie b die atago b und die oleg b die könnt ihr hier nicht erwärmen aber alle anderen schiffe sind hier auf jeden fall wieder im shop ansonsten wie ihr seht leider gibt es keinen preis nachlass black friday ist ja normalerweise bekannt dafür gute preise zu haben für die schiffe das ist hier nicht der fall also ihr müsst ihr wirklich den vollen preis bezahlen zum beispiel bei t5 bei einer wars bei zahlt ja bei beiden schiffen dann einfach 10.000 ja also da muss man dann schon überlegen ob es anders wert sind denn gerade die schiffe sind ja alle bis auf die bismarck b copy paste schiffe die haben wirklich eins zu eins dieselben statistiken da kann man auch ganz ehrlich einfach das normale schiff im shop holen denn da kann man zur not noch eine permanente talung drauf packen sollte da dann mal noch eine kommen so dann soll es das jetzt hier zu dem shop tab schon gewesen sein und wir kommen wie immer erst mal auf eine schöne tabelle zu sprechen die habe ich diesmal mal ein bisschen anders aufgebaut denn wir haben ja hier nur schiffe ja und die meisten copy paste schiffe deswegen habe ich das alles mal ein bisschen anders einsortiert aber da schauen wir uns jetzt mal zusammen gemeinsam an so da sind wir auch wieder bei der allseits beliebten tabelle ja seht schon hier black friday rerun ja ich habe das jetzt jemand ein bisschen anders einsortiert den kopie schiffe schiffe mit anderen statistiken sowie besondere schiffe dann noch die allseits bekannte kategorie preise sowie die kisten als erstes fangen wir hier an mit den kopie schiffen da haben wir hier die messer schussitz b die scharnhaus b die litte rible b die exeter b die warspite b bliskavica b indianapolis b mutsu b krafts b b ducadea oster b und die z39 b also diese schiffe sind wirklich eins zu eins dieselben schiffe die ihr auch so im shop kaufen könnt na all diese schiffe sind normalerweise auch premium schiffe und auch alle im shop aktuell erhältlich ja wenn ihr keine von dem besitzen solltet und vielleicht überlegt eine zu holen würde ich euch raten die normale variante zu holen denn da könnt ihr im normalfall dann noch permanente tarnungen draufhauen das ist jetzt hier bei den b schiffen natürlich nicht der fall sollte also irgendwann zum beispiel für die mut zu ein skin kommen ja aus irgendeiner kollaboration zum beispiel dann gilt dieser nur für die normale mut zu und nicht für die mut zu b das sollte man natürlich immer im hinterkopf bewahren aber natürlich die b schiffe sind wirklich wunderschön das muss man auch an der stelle einfach mal dazu sagen dann kommen wir ja auch schon zu den schiffen mit anderen statistiken dort finden wir hier die bismarck b und die ebooki b ja ihr seht schon das sind beides tag tree schiffe die hierzu premiums verarbeitet wurden und da muss man auch sagen das ist nicht zum ersten mal so ja das haben wir wirklich häufig dass irgendwelche tag tree schiffe zu premiums werden und dann auch andere statistiken haben welche statistiken anders sind dazu kommen wir nachher noch direkt im anschluss zur tabelle da möchte ich natürlich auch noch etwas näher darauf eingehen weil zu den kopie schiffen ja da brauche ich ja wirklich nichts zu sagen wer da irgendwas sehen möchte der kann gerne bei adler vorbeischauen bei den einzelnen videos der da vielleicht mal was zu dem schiff sehen möchte ja da braucht man halt nichts dazu sagen da hat sich nichts geändert aber hier bei den schiffen mit den anderen statistiken da möchte ich auf jeden fall noch dazu sagen was da anders ist ich nehme es aber euch jetzt kurz mal vorweg beide schiffe sind eigentlich schlechter als die tag tree variante bei der bismarck b kann man sich noch darum streiten ja das ist eigentlich noch recht ausgeglichen aber die ebooki b ist wirklich einfach grundsätzlich schlechter als die normale ebooki von daher wirklich die ebooki b wenn man sie zieht man kann sich darüber freuen man muss es aber nicht weil die kostlose ebooki im tag tree die ist auf jeden fall besser am start dann kommen wir hier als nächstes auch schon zu den besonderheiten bei den besonderheiten haben wir hier erstmal dass die atago b und die ebooki b kisten exklusiv sind ja beide können mit 0,5 prozent droppen die atago b ist zu finden in der black friday kiste 20 und die ebooki b ist zu finden in der black friday kiste 22 ja ich nehme es euch vorweg bitte wirklich geht nicht darauf auf die kisten nur um diese beiden schiffe zu ziehen 0,5 prozent ist wirklich verdammt selten bei der ebooki b ist es noch möglich dort habt ihr das garantiesystem solltet ihr also die duka z39 und bismarck schon haben ja dann kriegt ihr die ebooki auf jeden fall danach spätestens in der 40 kiste aber es ist wirklich immer noch extremst unwahrscheinlich muss man sagen also von daher lohnt es sich nicht wirklich direkt nur auf die kisten zu gehen um die atago b und ebooki b zu ziehen dann gibt es hier auch noch zwei schiffe die nicht wieder erhältlich sind das ist zum einem die orlec b die gab es damals im plattform store und die dante alle jiri b die gab es als auftrag für fünf millionen credits ja dadurch dass natürlich dass beides hier nicht angeboten wird fallen diese schiffe weg auch wenn es ein bisschen schade ist das wäre natürlich cool gewesen hätten wir hier wieder alle schiffe am start gehabt denn die zählen natürlich genauso wie die anderen schiffe auch alle zum black friday event dazu gut bei der orlec b ist es genauso die ist ein kopie schiff und bei der dante alle jiri b ist es so dass sie im vergleich zur normalen dante ein sap hauptbatterie modul ausrüsten kann also sie hat in stadt he sap als munitionstyp kriegt dafür aber auch vier sekunden nachladezeit drauf auf der batterie ansonsten hat sie aber auch genauso eins zu eins dieselben statistiken wie die normale dante gut dann kommen wir auch schon zur preisgestaltung die schiffe könnt ihr alle einzeln kaufen die aufgelistet sind bis auf die kisten exklusiven also t5 schiffe kosten 10.000 dublonen t6 schiffe 12.500 dublonen und t7 schiffe 17.500 dublonen da muss man also mal dazu sagen ja sie kosten also auch eins zu eins wie die normalen premium schiffe im shop da hat sich nichts geändert normalerweise so dass es ja bei black friday immer noch einen schönen rabatt drauf gibt weil diese schiffe ja zum beispiel auch keine andere permanente tarnung drauf packen können oder black friday ist ja auch der tag der rabatte das ist jetzt hier bei dieser wiederholung des events nicht der fall also lohnt es sich da wirklich eher auf die normale variante darauf zuzugehen denn ihr kriegt ja hier nicht mal einen rabatt auf die jeweiligen schiffe gut dann kisten sind für 1250 dublonen jeweils erhältlich und dann gibt es noch zwölf schattentarnungen die kosten jeweils 840 quadrants gut dann sprechen wir hier noch mal kurz die kisten durch ja ich werde sie euch jetzt mal kurz für ein paar sekunden einblenden ja alle vier kisten da seht ihr mal insgesamt was da alles erhältlich ist hier gleich habe ich ja nur mal kurz zusammengefasst ja also die schiffe ein bisschen aussortiert und noch gezeigt was sonst so drin ist ja aber das seht ihr hier vollständig da seht ihr wirklich alle einzelnen sachen könnt das video auf jeden fall auch mal kurz pausieren wenn ihr euch das durchlesen möchtet ja also von daher könnt ihr da aber auch gerne auf die container webseite gehen dies wie immer wieder verlinkt in der video beschreibung aber dann wollen wir an der stelle auch mal kurz das zusammen durchgehen ja die black friday 19 kiste da kann drin sein zu 85,3 prozent lud ja sowas wie kapitän cp abzeichen oder was auch immer die was bei b mit 8,82 prozent die atlanta b mit 2,94 prozent sowie die schaunhaus b mit ebenso 2,94 prozent ja und man muss sagen das zieht sich auch immer so durch also diese 85 prozent wie ihr seht das ist auch immer der fall ja also die kisten nehmen sich nichts was die drop wahrscheinlichkeit von schiffen angeht die ist bei allen bei 15 prozent bei der black friday kiste 20 habt ihr zu 85 prozent lud die mut zu b mit 9,5 prozent die indianapolis b mit 2,5 prozent die blitzkavitscha b mit 2,5 prozent und die atago b mit 0,5 prozent bei der black friday 21 kiste haben wir auch wieder zu 85 prozent lud die raf b mit 6 prozent die exeter b mit 6 prozent die le terrible b mit 2,5 prozent und die messe schutz b mit 0,5 prozent dann haben wir jetzt zu guter letzt noch die black friday 22 kiste da ist zu 85 prozent lud drin dann die dukadea oster b mit 8 prozent die z39 b mit 5 prozent die bismarck b mit 1,5 prozent und die ebooki b mit 0,5 prozent und dann habe ich noch mal dazu geschrieben die black friday 21 und 22 kiste nutzen beide das garantie system mit 40 solltet ihr also in 39 container kein einziges von diesen schiffen haben zieht ihr im 40 definitiv ein schiff also es wäre dann auch möglich dass ihr dann in 39 kisten überhaupt nichts drin habt ja und dann in der 40 hier direkt die ebooki b zum beispiel wenn ihr das bei black friday 22 durchzieht ja weil ihr die bismarck b oder ebooki b haben wollt und ihr habt keins dieser schiffe öffnet 39 kisten in der 40 kann dann auch schon die ebooki drin sein ja das ist immer zufällig zwischen den vier schiffen also von daher wünsche ich euch glück wenn ihr da auf kisten geht aber grundsätzlich würde ich sagen dass sich das hier auf jeden fall eher nicht lohnt ja black friday ist er bekannt dafür dass die schiffe auch gut im rabatt sind und das ist auch immer das was sich gelohnt hat das wird dieses jahr auch nicht anders sein da bin ich dann auch mal recht gespannt ja gerade hier bei black friday 23 dann also dieses jahr welche schiffe dann auch als b version kommen werden aber gut das werden wir dann im november sehen und von daher soll es das auf jeden fall jetzt schon mit dieser tabelle wieder gewesen sein so da sind wir auch wieder im in game shop angekommen ja die kisten gibt es hier natürlich auch wie bekannt in 10er bundles da kriegt ja noch mal zehn prozent rabatt drauf und da sind auch noch mal 2500 quadrants mit drin zu den einzelnen schiffen werde ich jetzt nicht wirklich was zu sagen dadurch dass die alle copies schiffe sind bis auf bismarck und ebooki ja könnt ihr auch einfach bei adler oder bei auch sonst wem das video zu den entsprechenden schiffen anschauen die gehen auf jeden fall schon gut genug drauf ein die bismarck b und ebooki b werde ich jetzt nochmal mit der tt version vergleichen und dazu habe ich auch mal wieder eine kleine tabelle erstellt denn da sind wirklich viele statistiken anders und das wäre einfach ja ich sag mal recht schwierig geworden da die ganzen screenshots zu machen denn zum beispiel ebooki b habe ich nicht im hafen und dadurch kann ich da auch schlecht die sachen dann screenshoten aber ich habe es euch trotzdem mal alles rausgesucht was an den schiffen anders ist und das schauen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an so ich habe euch hier mal wieder zusammengefasst was denn diese black friday schiffe so alles an sich haben wo die unterschiede liegen zwischen bismarck und bismarck b sowie ebooki und ebooki b bei allen vier schiffen sei mal dazu gesagt da ist kein kapitän drauf und keine modifikationen bei den tag tree schiffen also bismarck und ebooki sind alle verbesserungen ausgerüstet sprich der b rumpf und co aber da sind absolut keine modifikationen drauf gut dann fangen wir hier auch gleich mal an bei der bismarck haben wir eine hauptbatterie reichweite von 17,3 kilometern bei der bismarck b haben wir nur 16,6 kilometer bei der bismarck haben wir ja eine sekundäre reichweite von 7,5 kilometern bei der bismarck b haben wir dann schon 7,7 kilometer also 0,2 kilometer mehr dann bei der bismarck haben wir eine turm drehzeit von 36 sekunden für 180 grad bei der bismarck b haben wir hier nur 34,6 sekunden für 180 grad der letzte unterschied ist hier noch die flugabwehr dies bei der bismarck auf jeden fall wesentlich besser denn bei der bismarck b haben wir hier nur die flugabwehr vom a rumpf ja also sprich wenn ihr hier den standard rumpf auf der bismarck drauf klatschen würde dann habt ihr hier eins zu eins dieselben statistiken wie die bismarck b und da muss man dazu sagen die sind einfach grottig also wenn euch da ein cv anfliegt könnt ihr wirklich froh sein mal ein zwei fliege abzuschießen denn die ist wirklich unterirdisch da könnt ihr echte probleme gegen cvs haben gut dann kommen wir als nächstes hier auch schon zur ebookie und ebookie b bei der ebookie fangen wir hier an denn im verbrauchsmaterialien slot 3 können wir hier nur den jagdflieger ausrüsten bei der ebookie b haben wir hier die wahl im dritten slot zwischen jagdflieger und aufklärer also beim aufklärer habt ihr dann für 30 sekunden nochmal zehn prozent bessere granaten gruppierung dann das sigma ist bei der ebookie mit 2,05 angesetzt bei der ebookie b mit 2,1 weil da kann man schon mal sehen das ist nicht die welt gerade ebookie ist ja wirklich so ein schiff was er auf distanz und he gespielt wird von daher ist da das ich mir eigentlich relativ egal ja und gerade jetzt hier 0,05 sind da wirklich nicht die welt dann kommen wir ja schon zur batterie da hat die ebookie 15,5 kilometer und die ebookie b 14,7 kilometer die turmdrehzeit ist bei der ebookie hier auch besser da haben wir 25,7 sekunden die ebookie b hat hier ganze 30 sekunden dann kommen wir ja auch schon zu den torpedos da muss man auch wirklich sagen ist wieder bei der ebookie grundsätzlich besser ja denn die ebookie b hat hier nur die normalen torpedos es gibt ja auch eine torpedoverbesserung die hat quasi die ebookie b nie eingebaut bekommen die hat hier die werte von der standard ebookie da haben wir bei den torpedos eine ladezeit von 105 sekunden 20.967 höchstschaden 1,7 kilometer tarnwert 10 kilometer reichweite und 67 knoten geschwindigkeit bei der normalen ebookie und bei der ebookie b haben wir hier 112 sekunden ladezeit 17.233 höchstschaden 1,6 kilometer tarnwert 10 kilometer reichweite sowie 62 knoten schnelle torpedos also von daher wirklich grundsätzlich einfach schlechter was die torpedos ja angeht bei der flugabwehr ist es genauso wie bei der bismarck da die ebookie bessere denn die ebookie b hat genauso nur die flugabwehr wie die normale ebookie ohne b rumpf upgrade na also ist diese auch schlechter bei der ebookie ist es jetzt nicht ganz so schlimm ja die flugabwehr ist jetzt grundsätzlich schon nicht die welt da merkt man den unterschied jetzt auch nicht so krass aber sie ist auf jeden fall schon schlechter gut dann soll es das zu diesen vier schiffen auch schon gewesen sein gut dann soll es das zu diesem event auch wieder gewesen sein es kann durchaus sein dass in der nächsten woche auch noch mal irgendetwas wiederkehrt da würde ich dann auch noch mal ein kleines video dazu drehen aber für heute war es das auf jeden fall von daher wirklich danke fürs zusehen wir sehen uns dann im nächsten video haut rein ciao ciao